Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch wenn es sie stutzig gemacht hätte Meine Mutter war eine sehr verschwiegene und distanzierte Frau Ist das Grandma? Du warst immer ihr Liebling, das weißt du, oder? Sogar schon als Baby, ich sollte dich nie stillen, das wollte sie immer tun Aber sie war auch eine ziemlich schwierige Frau, was vielleicht meine Art erklärt Ich kenne sie von ihrer Mutter Was? Manchmal könnte ich schwören, dass ich ihre Anwesenheit spüre Sie ist nicht gegatten Sie hatte diese Rituale, diese Freunde Und wer soll sich jetzt um mich kümmern? Denkst du, ich kann mich nicht um dich kümmern? Aber wenn du stirbst? Sie war gar nicht mehr richtig hier Am Ende Mom? Mir gefällt das nicht, Ed, mir gefällt das nicht Was passiert hier? Peter! Erheb du wieder deine Stimme gegen mich? Ich bin deine Mutter Sie ist gefahren! Mom, was passiert hier? Mach es auf! Mach es auf! Ich möchte meine Familie nicht noch weiter belasten Ich möchte mich nicht noch weiter belasten Ich möchte mich nicht noch weiter belasten